ich hab sie abgehalten hau mal deinen Haken da beeilung beeilung nimm den nächsten ja ich muss den Schlüssel eh gleich holen so, ähm nein stirbus das war ein Zauberspruch stirbus ich will nicht, Jörg warte noch kurz ich muss den Schlüssel holen dann kannst du rausgehen vorsicht hol dir noch die Kirsche ich hab zwei extra Leben dann hol ich halt die nächste Banane oder was weiß ich oh Gott warte Achtung, Schwert hol dir eins der Fässer mit dem Haken Achtung, nicht runterfallen, gell so, ähm bleib mal in der Nähe von von hier, äh, oder? ich muss noch den Haken brauchen wir nachher eine Kerze? ich glaub nur einer so, oder? ja Wollte ich sie treffen so, warten wir, warten wir kurz in drei Tagen ist dann die Deutsche Bahn mal geh da auf das stimmt wohl, die kommt immer zu spähen hey, 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 hey wir strecken unsere Hände nach oben was war das nochmal, ähm und dann die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich wow 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 Okay geh weg lasst uns fröhlich war so hab ich dich aber nicht mehr in der Nähe vor mit lasst uns fröhlich war war Hallo glaube gleich danke ähh, ja, find nur den Ausweg jeder eine Ja. Ja. Wissen wir auf dich geht, ey. Ja, der hat mich voll getroffen. Ja, der hat mich voll getroffen. Ja, der hat mich voll getroffen. Ja. Komm her. Warte, warte. Achtung, Achtung. So. Mit dem hier musst du jetzt aufpassen, weil der kann ja zurückwerfen. Muss mit dem so einen Wuff mehr liefern. Warte, ich mach den Ball, komm. Genau. Er darf nur nicht gerade rollen, genau. Ich ne will still. Du kannst die Kerze nehmen, oder willst du? Ich will still. Ich will den Boss auch nicht. So. Die waren da. Ähm. Dann müssen wir uns rennen, sofort. Ja, rennen wir. Also, ich muss rennen. Mach auf, mach auf, mach auf. Okay. Oh je. Oh je. Na nun, wer kommt uns denn da besuchen? Ne, man. Willst du da mit uns spielen? Ja, ich will let's play mit dir und spiel Goof Drew. Kein Problem. Wir wollen euch flamen. Wir wollen euch flamen. Ja. Das Spiel heißt Lauf um dein Leben. Hehehe. So, die kannst du nicht in der Luft fangen, die Knochen. Du musst warten bis sie liegen. Aber der Blaue ist schlimmer. Der Blaue ist schlimmer. Lass uns erst den Blauen töten. Du kannst ja die roten Knochen nehmen und trotzdem auf den Blauen zielen. Was ein Boss, ey. Ja, es ist simpel. Nein. Viel Spaß. Sag mir mal's. Oh. Bin alleine. Jetzt hast du die Ehre, den alleine zu machen. Und ich hab die Ehre auch mal ein Continuum zu verhökern. Das wirft ihr auch mal in den Kopf. Ja, ich bin ja schwach. Gibt hier deine Munition. Drei dich. Deine Knochen, deine Knochen, deine Knochen, deine Knochen, deine Knochen, deine Knochen, deine Rote. das Spiel muss ja auch den Kindern irgend so eine Message bringen. Hier ist zum Beispiel die Message Museum ist cool, du kannst Knochen nehmen und auch andere werfen. Tolle Message. Hö, hö, hö. So. Immer so diese kopflosen Bosse. Ja. Ja. Weiß was du da verabschalten musst, die jagte Kopflos. Okay. War auch überhaupt keine Anspielung oder so, ja? Ja. Stufe geschafft. Weiß was du zahlst. Also wir sind jetzt aufgestiegen, wir sind jetzt in der O... Oh stimmt, ja. Ist ja seltsam. Die scheinen mich für ihren Kapitän zu halten. Punkt. Ja. Pst, sie dürfen uns nicht hören, Fatih. Diener, bringt mir mehr Essen, so ein Aufenthalt im Bauch eines... Walis macht Hunger. Nein, nur Walis, nicht Walis. Walis, Mist. Also Level 4 von 5. Du hast ein wenig zu hoch gesprochen. 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 Ich würde sagen, wir müssen mal nach links. Jetzt bin ich fast getroffen. Achtung, ich glaub hier spuckt irgendwas Feuer. Ja. Aber ich würde grob überhaupt nicht fackeln. Ich würde sagen, die Häuser noch nach oben machen. Nein, das kann so nicht laufen. Es muss anders gehen. Weil du kannst sonst die Innere nicht mehr nach links und rechts treten. Aber ich glaub, ich hab's schon. Und zwar geht das Ganze so. Hopp. 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 Ja, ich hab's richtig gemacht. Du hast falsch. Hopp. Hopp. Ja, ich hab's richtig gemacht. Ich hab's richtig gedacht, aber ich hab da Mist gebaut. Richtig. Du baust immer Mist. Ich mach zum Beispiel Let's Place mit Leuten, mit denen es gar nicht lustig ist. Mit André. Nein. Stirb. Oh, Mist. Was unverwunferlob. So, jetzt ist jetzt auch schon gut. Bettelst du den jetzt? Bettelst du jetzt? Ja. Und warum lauf ich nicht? Mach den Frosch lieber kaputt. Mach den Frosch kaputt, weil der verstopft uns den Weg. An einem anderen Kerl kommen wir schon vorbei. Guck. Du. 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 geht weiter ich sehe es schon stelle ich mal hier hin auf mein kommando auf mein kommando nachher schlicht sie nach rechts und dann schlägst du nach unten klar ging jetzt nach rechts gleich nach unten gleich jetzt jeder kriegt eins weil wir eh nichts besseres haben nehme mir die kerze noch oh gott wir müssen wahrscheinlich alle drücken also vorsicht weil die dinger werden da vielleicht gleich vor Ort der Sound hat bei mir gerade komisch gut gemacht okay wir kommen ja nicht wieder oder das ist hier die Formel die Kerze ein Torgott okay nämlich mal ich hab nicht da hat die Mörder hat die Mörder da Lade ab und hier ist gleich die versuche irgendwie weg mit mit der Kirche das hat so toll gemacht 3 ok ich weiß nicht ob du es gesehen hast so lass mal gucken ob hier noch früchte sind ich habe was gefunden dave